Das ist Summer, meine neue Assistentin. Summer, das sind die anderen. Ihr anderen, das ist Summer. Die nannten mich vollkommen zufriedenstellend, Hanson. Mich nannten sie Anal-Mädchen. Ich war sehr ordentlich und vor allem analytisch. Erstehendhaftig. Okay. Ich finde dich interessant und es wäre schön, wenn wir Freunde wären. Ich bin in Summer verliebt. Das ist nicht gut. Ich fühle mich als Freundin von irgendjemandem nicht tot. Was passiert, wenn du dich verliebst? Sowas wie Liebe existiert nicht, das ist Fantasie. Wie war dein Wochenende? Es war gut. Ich glaube, ich habe was verpasst. Sie sagte, es war gut. Mit Betonung auf gut. Im Grunde heißt das, sie hat am Wochenende Sex mit einem Kerl, den sie im Fitnessstudio kennengelernt hat. Sagt sie hey statt hi? Ich meine, das würde heißen, dass sie eine Lesbe ist, oder? Hey. Hi. Du verdammter Mistkerl. Hast du sie geflügelt? Nein. Hat sie dir eingeblasen? Eine Rotte geholt hier. War noch nicht im Bett, da lief nichts für. Hey. Wenn du irgendwas von dem Job hörst. Also dann. Oh, das sieht zünnig machbar aus. Eins. Bist du ihr fester Freund? So einfach ist das nicht. Wir sind jung. Ich möchte Spaß haben, solange ich noch kann. Ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche nach etwas Ernsthafter. Was läuft eigentlich zwischen uns? Wir sind nur Freunde. Nein. So kannst du deinen Freund einfach nicht behandeln. Küsse im Kopierraum. Sex in der Dusche. Du kommst schon über sie hinweg. Ich will nicht über sie hinwegkommen. Ich will sie wiederhangen. Ich bin auf dem Weg ins Lager. Braucht jemand von euch was? Was ich brauche, weißt du doch. Neun Toner. Demnächst im Kino.